Hey, auf diesem Kanal wird ein Livestream mit dem lieben Trecklo stattfinden und zwar am 13. Oktober auf diesem Kanal. Das Ganze ist um 20 Uhr und es ist ein Geocaching Livestream. Wir reden über das Hobby und beantworten eure Fragen und kommunizieren mit euch über den Livechat. Um den Stream nicht zu verpassen, abonniert mich hier gerne. Abonniert auch Trecklo, weil es wird auch bald einen Livestream auf seinem Kanal geben. Ich hoffe, wir sehen uns am 13. Oktober wieder und bei den wöchentlichen Videos. Ciao!